Wenn du als Informatiker oder ITler im Allgemeinen auf LinkedIn unterwegs bist, dann erlebst du so einiges, was ziemlich nah an Realsatir herankommt. Da diese Gespräche mit zum Teil völlig ahnungslosen Recruitern ziemlich amüsant sind und tief blicken lassen, dachte ich mir, dass ich diese Geschichten einfach mit euch teile. Für die erste Folge dieses Formats habe ich euch ein ganz interessantes Exemplar mitgebracht. Jeder, der sich auch nur fünf Minuten mit meinem LinkedIn-Profil beschäftigt oder meine Webseite besucht, weiß, dass ich Informatiker bin. Das ist kein Geheimnis. Ebenso wenig wie alle wichtigen akademischen und beruflichen Stationen in meinem Leben, die man direkt sieht, wenn man mein Profil besucht, was dieser Recruiter, nennen wir ihn Bob, laut LinkedIn auch getan hat. Wie man dann trotzdem auf die Idee kommen kann, dass ich Interesse an einer Stelle im Marketing habe, ist mir wirklich ein Rätsel. Wenn mich jemand bezüglich einer Stelle oder Vakanz, wie die erfahrenen Recruiter zu sagen, pflegen, im IT-Sektor anschreibt, dann stelle ich ihm meistens eine Frage. Welche der von mir in meinem LinkedIn-Profil angegebenen Programmiersprachen sind in Wahrheit Pokémon? Wer dann schon aufgibt, wird für immer blockiert. Diese Frage konnte ich hier allerdings nicht stellen, da Bob jemanden im Marketing sucht und ich vermute, ich erstmal hätte fragen sollen, ob er weiß, was seine Programmiersprache ist. Hallo Herr Dalvik, kann ich Sie bezüglich einer Position im Marketing für... Und da geht's schon los. Warum ist hier kein Leerzeichen? Homeoffice klingt aber schon mal gut. Gerne sende ich Ihnen vorab Details, falls Sie Interesse haben. Viele Grüße. Frage Nummer 1. Warum schickt man mir nicht direkt ein paar mehr Infos? Stelle im Marketing? Okay, das kann alles sein. Also habe ich ihm geantwortet, was die Position, äh, sorry, Vakanz, an konkreten Aufgaben mit sich bringt. Er hat mir daraufhin ein PDF mit genauen Details zugesendet. Warum denn nicht gleich so? Das Dokument habe ich selbstverständlich in einer VM geöffnet, da man ja nie weiß, wer am anderen Ende der Leitung sitzt. Hier hätte ich es mir aber auch sparen können. Das sah nicht nach einem typischen Anbahnungsversuch aus und das Profil des Recruiters scheint auch keine Sockpappe zu sein. Im Gegenteil, dass ich direkt am nächsten Tag gefragt wurde, ob ich mir die Stelle schon angeschaut habe, wirkt auf mich ziemlich needy. Ich wollte wissen, wohin mich die Reise führt und habe geantwortet, dass die Stelle interessant klingt. Spätestens dann, wenn es um die konkreten Skills geht, die eigentlich ziemlich unmissverständlich in der Stellenbeschreibung stehen und von denen ich nicht alle erfülle, sollte der Recruiter doch einlenken. Denn, come on, ich bin Techie und kein Marketing-Guy. Okay. Danach hat mich Bob gefragt, ob wir kurz sprechen können. Warum wollen Recruiter eigentlich immer sofort mit einem telefonieren? Ich sehe den Sinn dahinter nicht wirklich. Lass uns doch erstmal ein paar Rahmenparameter abstecken, auf die man sich, wenn sie schriftlich festgehalten wurden, auch später noch berufen kann. Oder ist es gewollt, dass man alles nur telefonisch mitgeteilt bekommt und dann später nicht mehr genau weiß, was eigentlich besprochen wurde beziehungsweise man nichts hat, worauf man den Recruiter festnageln kann. Klar, kennenlernen und so weiter. Verstehe ich schon. Aber es muss doch erstmal eine gemeinsame Basis her. Deshalb habe ich Bob gefragt, worüber er denn genau sprechen möchte und welche Informationen er von mir benötigt. Er fragte mich darauf hin, ob ich Interesse an dem Job habe. Ernsthaft, Bob? Dafür sollten wir jetzt telefonieren? Da fehlen mir einfach die Worte, weshalb ich nur mit einem Daumen nach oben geantwortet habe. Im Gegenzug wollte Bob jetzt meinen Lebenslauf haben, den er sich auch aus meinem LinkedIn-Profil hätte erschließen können. Oder er geht einfach mal auf meine Webseite, auf der ich sogar meine Zertifikate veröffentlicht habe. Ich hatte dann genug von diesem Recruiter gecringe und beendete das Gespräch erstmal mit den Worten im Laufe der Woche. Am Samstag hat es mich dann doch noch einmal gepackt und ich habe Bob gefragt, wie hoch denn die ungefährige Heizspanne für die Vakanz ist. Das stand nämlich nicht in dem PDF. Sehr transparent auf jeden Fall. Bob antwortete Sonntagabend dann mit 55 bis 65k. Ich nehme mal an, brutto pro Jahr in Euro. Daraufhin schickte ich ihm meinen Lebenslauf als PDF-Dokument. Bob schrieb mir um 10 vor 9, dass wir kurz sprechen müssen. Sorry Bob, wir müssen hier gar nichts. Ihre aktuelle Aufgabe in Bezug den Aufgaben im Stellenprofil. Äh, was? Okay, hier konnte ich nur erahnen, was er von mir will. Zusätzlich hat er mich noch gefragt, ob ich unter der Nummer, die ich extra als Kontaktnummer im Lebenslauf hinterlegt hatte, erreichbar sei. Nee, deshalb habe ich sie ja in den Lebenslauf geschrieben. Ach. Ich habe Bob dann gefragt, was er denn genau besprechen möchte, woraufhin er nur antwortete, ob ich nicht telefonieren wolle. Nein, das haben wir doch letzte Woche schon festgestellt, oder? Ich habe ihn dann gefragt, was ich denn gegen den Schriftverkehr spreche. Ich meine, kommt dann wieder so eine Frage wie, wollen sie den Job? Und ich antworte dann mit einem Daumen nach oben? Das können wir auch schriftlich festhalten. Laut ihrem Lebenslauf passen sie nicht auf die Stelle. No shit, Sherlock. Hättest du dir mein Profil angeschaut, wüsstest du das bereits. Aber vielleicht passt es ja doch und das wollte ich in einem Gespräch herausarbeiten. Aber alles gut. Wenn sie nicht sprechen möchten, ist es ihr Recht. Alles Gute. Ach. Normalerweise hätte ich Bob spätestens jetzt blockiert. Doch dass man als Recruiter sich, zumindest dem Anschein nach, nicht mit einem potenziellen Kandidaten beschäftigt und Anfragen auf Basis von Standardvorlagen verschickt, konnte ich nicht auf mir sitzen lassen. Das hat etwas mit gegenseitigem Respekt zu tun. Also schrieb ich folgendes. Kleiner Tipp von meiner Seite. Schauen Sie sich die Profile der Personen, die Sie anschreiben, vielleicht vorher mal etwas genauer an. Zwinker Smiley. Dann hätte sie meinen Lebenslauf, den ich Ihnen zugesendet habe, nicht verwundert. Viel Erfolg bei der Suche. Bobs Antwort war einfach zu herrlich. Sie haben recht. Das war wirklich eine Zeitverschwenung. Weh nun, lach Smiley. Ha, spürt ihr auch, wie aufgebracht Bob ist? Dass er trotz seines vermutlich sehr vollen Terminkalenders es sich nicht nehmen ließ, mir davon zu berichten, dass der Austausch doch eine Zeitverschwendung, wie er daraufhin korrigierte, sei, konterkariert irgendwie den Inhalt seiner Nachricht. Oder? Ich lächelte. Meine letzte Nachricht an Bob war dann, dass ich mich darüber freue, dass ich zur Optimierung seiner Arbeitsprozesse beitragen konnte und dass die Zeitverschwendung am Ende doch noch etwas Gutes hatte. Ich wartete noch, bis er die Nachricht gelesen hatte und habe Bob dann blockiert. Für mich war es jedenfalls keine Zeitverschwendung, denn dadurch habt ihr ein hoffentlich amüsantes Video von mir bekommen. Für solche Recruiter kann LinkedIn übrigens nichts. Ich habe auch schon ganz hervorragende Gespräche mit Recruitern geführt, die wirklich an mir interessiert waren. Aber es gibt eben Recruiter und dann gibt es Recruiter. Wie hat euch das Video gefallen? Wünscht ihr euch mehr Folgen? Stoff hätte ich jedenfalls genug. Und wie viele Pokémon stehen denn nun in der Skill-Liste auf meinem LinkedIn-Profil? Schreib's gerne unten in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video.